Jetzt wird es mal Zeit, ein bisschen zu spielen. Das kann man ja ruhig auch mal machen. Und zwar, wir machen jetzt, vielleicht kennt ihr es, Film-Pantomime. Sollte klar sein, denn man darf nichts sagen. Und in diesem Fall jetzt, bei dieser Film-Edition, ziehen wir einen Film und müssen den pantomimisch darstellen. Okay. Also, ich stelle ihn dar, du musst erraten und immer, wenn du erredst, kriegst du einen Punkt. Okay, pass auf, dadurch, dass wir zu zweit sind, würde ich sagen, die Regie macht den Spielleiter, ja? Regie, du bist hier am Start, du guckst, weil das ist, bei zwei Personen ist das schwierig. Ja. Okay, willst du anfangen, soll ich anfangen? Wie du willst. Ich fang an. Okay. Zieh bitte. Ja. Wir haben 30 Sekunden Zeit. Ja, 30 Sekunden. In, drei, zwei, eins, stopp. Herkules. Äh, Rambo. Das ist doch Rambo, oder nicht? Muss ich einen Untertitel noch nennen? Nee, Rambo, auch mit R. Rocky? So. Ah. Die verwechsel ich immer. Scheiße. Oh. Ach, auch. Äh. Äh. Äh, 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 auch ein Boxer? Zwei. Mehmet Ali? Mir fällt da nichts ein. Ah, Fight Club wär's gewesen. Ach, Fight Club. Scheiße, auch Boxen. Oh, einer meiner Lieblingslieder. Lieblingswimmer. Okay, jetzt bin ich dran. Ein Punkt, jetzt bist du dran. Okay, darf ich schon anfangen? In, fünf, vier, drei, zwei, eins, stopp. Herr der Ringe. Richtig. Das war, ich hätte keinen gehabt, siehste. Das heißt, ich habe ja nur einen Punkt, ne? Scheiße. Okay. Ja, Rapunzel. Oh Gott. Äh, äh, die Schöne und das Biest. Ja. Ja. Scheiße, das ist, weil ich so gut bin, deshalb kriegst du jetzt Punkte. Sehr bescheiden. Drei, zwei, eins, stopp. Nee, das kriege ich nicht hin. Shrek. Terminator. Ich habe gewonnen. Hurra. Das finde ich fies, weil eigentlich habe ich es besser erklärt, ne? Wollte ich nur mal anmerken. Ist mir egal. Falls euch das Video gefallen hat, dann kommentiert es auch gerne. In den Kommentaren natürlich. Könnt auch gerne einen Daumen hoch oder einen Daumen runter hinterlassen. Und ansonsten guckt euch gerne diese Videos noch an. Und ansonsten immer schön fleißig abonnieren. Bis zum nächsten Mal.